Dessertieren, Flash? Schlechter Zeitpunkt, oder? Du hast recht. Ich hätte das viel früher tun sollen. Schlechter Zeitpunkt, oder? Du wirst schreien sterben. Du brauchst Hilfe. Ich kann dich da nicht so liegen lassen. Eine Warnung an die Aufständischen. Was denkst du, mein hübsches Vöglein? Perfekt wie immer? Mein Gott, Olli, bist du das? Höchstpersönlich. Wo ist Batman? Mein Batman! Irgendwohin, wo er kein Mörder ist. Was soll das, Olli? Du kannst mich nicht treffen. Hab ich gar nicht versucht. Um schnell zu sein, musst du schnell denken. Was soll das? Überflüssig. 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 Das war's für heute. Hahaha Ich treff auch bewegliche Ziele. Das hier schlägt zurück. Um schnell zu sein musst du schnell denken. Ich werde das. Das ist so fast. Ah Es reicht Olli ich bin auf deiner Seite Du musst mir zuhören Ich sag es dir Gotham und Metropolis sind Geschichte Und dann will er deine Welt Ich kann nicht glauben, dass er das tut Es ist verrückt Wir müssen ihn aufhalten Das wird ein höllischer Kampf Nein Ich habe dich hergebracht, um die Kryptonit-Waffe zu holen Und das ging schief Du kehrst nach Hause zurück Dann zerstöre ich den interdimensionalen Transporter Das wird ihn nicht aufhalten Das wird euch etwas Zeit verschaffen Luthor opfert sich Wir werden ihn nicht entehren, indem wir gehen Es gibt eine Alternative Wir holen unseren Superman her Und beenden den Kampf Ein Superman ist genug für diese Welt Er ist nicht wie der Euer Lass dich nicht von Gefühlen leiten Senorita, du machst mir Angst Vielleicht hilft dir dein Wendt Er bewundert meine Fähigkeiten Sprich ein Gebet Ich vermalme dich Ich zerbreche dich wie ein Streichholz Ich werde ihn nicht verletzen Achtung! Du bist ein wenig. Geil der Gnade! Verschlinde, Schwesti! Ich zerbreche dich wie ein Streichholz! Verschlinde, Schwesti! Verschwinde, Schwesti! Schwestern, Schwestern, Schwestern und Streichholz! Dank Athena bin ich gnädig. Als Gefangener hättest du den Wert der Gnade erlernen sollen. Peniadora hat mich eins gelehrt. Lieber gefürchtet, als respektiert zu werden. Temeskira, wie haben... Ich habe dich hergebracht. Du? Ich habe keine Zeit für deine Einmischung. Ganz ruhig. Wir müssen einiges besprechen. Du hast vielleicht mal meine Mutter verzaubert, Kriegsgott. Aber ich toleriere deine Lügen nicht. Ich werde 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 deine Lügen nicht. Aber das reicht nicht. Wir werden sehen, wie es kommt. Feuer! Also, Aris, du schickst mich zurück. Diana, deine Freunde werden ihren Kampf überleben. Wenn du ihnen wirklich helfen willst, dann solltest du auf mich hören. Rede. Aber mach es kurz. Wir müssen den Transporter sichern. Wenn er beschädigt wird, könnt ihr nie zurückkehren. Verstanden. Ich kenne Supermans Plan. Das ist nicht neu. Aber weißt du auch, wie er seinen Plan in die Tat umsetzen will? Noch nicht. Hättest du mich nicht hergebracht. Bei Aphrodite. Schockierend, nicht wahr? Die große Armee der Amazon bereitet sich vor, einen ganzen Kontinent zu unterwerfen. Ich kann nicht... Wie konnte sie nur... Ich... Wenn sie nur jemand aufhalten könnte. Was würde dir das bringen? Der Konflikt wird deine Magie neu aufladen. Kurz gesagt. Wenn Superman seine Macht neu festigt, wird der Konflikt, der meine Macht stärkt, beigelegt sein. Ich würde dir ja danken, Aris. Aber das würde bedeuten, dass du etwas Selbstloses getan hättest. Nicht nötig. Der Feind meines Feindes... Wir werden niemals Freunde sein. Wir haben dieselben Interessen. Im Moment. Hm. Ich brauche... Du bist durchschaut. Ich lasse dich deine Arbeit machen. Aris hilft den Aufständischen. Als Stratege ist er nicht so gut wie Athena. Dein Aussehen verrät deine Loyalität, Raven. Du bist Trigons Diener. Nicht Supermans. Ich diene beiden. Supermans Sieg wird die Rückkehr meines Vaters beschleunigen. Und alle sollen sich vor ihm verneigen. Dunkelheit ergreifft dich! Mensch! Ja! 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 Ich bin ein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. Hör die Kräfte! Und alle sollen sich vor ihm verneigen. Hör die Kräfte! 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 Hör die Kräfte!